ja hallo zusammen wir gucken uns heute ein doppelpack von kleinen taschenlampen an hier von der firma absina aus deutschland steht hier led zoom flashlight ist ein doppelpack das bei amazon für keine zehn euro angeboten wird und da habe ich jetzt mal zugeschlagen zielgruppe sind hier eindeutig kinder hier ist der doppelpackt wir sehen hier anhand der größe durchaus sage ich mal kinderkompatibel wir haben hier den zoom der stufenlos einstellbar ist beworben wird eine helligkeit von 60 lumen und 110 meter reichweite an geht sie bereits schon mal wir sehen hier also auch tatsächlich auch eine ordentliche helligkeit mit dem knopfdruck hier hinten und es werden tatsächlich auch für die zehn euro batterien geliefert die batterien sind hier hinten drin muss hier erst mal eine warnung abmachen bzw ein freundlicher hinweis dass man den schutzkontakt der batterien abnehmen soll man kann hier entsprechend an die batterien rankommen es ist dann ein ganzes fach und hier entsprechend 123 batterien an der stelle direkt mit an bord und hier ist auch der schutzkontakt eben rausgefallen der lag damit drin schraube ich wieder rauf sieht man hier das kann auch mal schief gehen aber tatsächlich jetzt auch noch ihren dienst verrichtet dann haben wir hier für kleines geld ordentliche leistung hier ist der zoom auch noch mal die fokussierung funktioniert alles soweit ganz wunderbar